Hallo zusammen, Aizoki hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, er ist verrückt geworden, anzunehmen bei Hemet Nessingwawi in Zuldazar. In dieser Position zeige ich gleich auch das Gebäude von außen. Vorwärts aber noch was zu sagen, ich habe gerade die Quest raubtierhaft gemacht und als ich hier an diesem Punkt angekommen die Quest abzugeben, war Hemet Nessingwawi nicht mehr da, also ich hätte die Quest gar nicht machen können. Weiß nur nicht, wie bizarre das lösen wird. Ich hoffe es bleibt so, dass zumindest Hemet hier am Anfang ist, bevor man die andere Quest macht, beziehungsweise Hemet auch da ist, wenn man die andere Quest beim abgeben ist. Zeige euch nun, wo sich dieser Wildhauer befindet. Bei den Mobs hier dürft ihr vorsichtig sein, wenn ihr nicht gegen sie kämpfen wollt. Die kämpfen zwar unter sich, aber wenn man zu nah dran kommt, greifen sie euch an. Und zwar beide. Ich bin auch schon gleich da. Ihr wisst, Wildhauer, an dieser Position. Hier bin ich. Ich weife ihn einfach mal an. Wie man sieht, geht er gut runter. Und er ist auch schon tot. Nun gehe ich zur Quest-Aufgabe. Falls euch das Video geholfen hat, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Würde sagen über die Hälfte des Weges habe ich schon. Gleich sollte ich da sein. Die Quest ist abzugeben bei Jagdmeisterin Volker in Zuldersaar. In dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020